Hallo zusammen, ich bin Jason, ich bin Konstruktor-Lehrling im zweiten Lehrjahr und ich zeige euch jetzt meinen Berufsalltag in der Havli. Mir gefällt mein Beruf, weil er sehr abwechslungsreich ist. Das heisst, dass man auch mal in den Rohrgarten Dinge ausprobieren kann und dass wir sehr spannende Projekte durchführen. Ich schätze, dass man die immer wieder gehörten Herausforderungen hat, die man meistern kann. Mein Tipp an alle Schüler, also auch hier draussen, ist, dass ihr so viel wie möglich schnuppern sollt. Auch bei den Berufen gehen, wo ihr vielleicht vorher gedacht habt, ich würde das niemals ausprobieren und dann sind ihr vielleicht stolz, dass ihr das probiert habt. Und dann könnt ihr mit Gewissheit sagen, ja, das ist etwas oder ja, das ist nichts. So sieht mein Berufsalltag aus bei der Havli. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und wenn euch das gefallen hat, dann bewerbe ich euch jetzt als Grundstruktur. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.